Warum haben Sie die Zähne günstiger gemacht? Weil ich gewusst gemerkt habe, dass im Ausland die Zähne günstiger zu machen sind, habe ich über Internet eine klinische Klinik gesucht und bin da über das Internet drauf gestoßen. Wie viele sind die Zähne bei der Klinik? Sehr gut aufgehoben, sehr gut betreut und freut mich immer dabei.